Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und ich darf euch hier diesen VW Cross Polo vorstellen. In dem Video soll es vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wenn ihr von weiter wegkommt und euch für das Fahrzeug interessiert, ist das vielleicht eine kleine Hilfe für die Kaufentscheidung sozusagen. Wir haben ja prinzipiell 30 Bilder drin. Wer dennoch wissen will, was hier alles an Ausstattung drin ist, der klickt mal auf den Infolink. Da wird er weitergeleitet zur Mobile. Dort steht die ganze Ausstattung drin und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug auch noch zum Verkauf. Also ich bin jetzt vorab schon mal ringsherum gegangen, habe mich natürlich ein Stück vorbereitet, um einfach zu gucken, ob hier irgendwas ist. Aber alles in allem steht da wirklich gut da. Tut mir bitte einen Gefallen, erwartet kein neues Auto. Das ist es nicht, der ist gebraucht. Der ist ja jetzt in dem Fall elf Jahre alt. Aber alles in allem steht da wirklich gut da. Wir haben hier einen vernünftigen Fuldareifen verbaut. Vorne haben wir ca. 5 mm, hinten sind es 6 mm Restprofil. 8 mm wäre neu, für die, die es nicht wissen. Hier drin sieht es auch vernünftig aus. Ich mache auch gerne mal die Geruchsprobe. Hier riecht es weder nach Hund, Katze, Maus oder Rauch oder sonst irgendwas. Hier ist alles super gepflegt, nichts abgekrabbelt, abgegriffen oder sonst irgendwas. Die Sitzwangen sehen super aus. Der bringt natürlich wirklich viel Ausstattung mit, was man vom Polo eigentlich gar nicht so gewohnt ist. Aber der hat echt alles. Und diese größeren Felgen runden das Profil natürlich ein Stück ab. Hinten die getönten Scheiben. Gucken gerne auch mal in den Kofferraum rein, was hier so drin ist oder wie viel Platz viel mehr ist. Das heißt, wir haben hier einen doppelten Ladeboden. Hier kriegst du schon einiges rein. Und wenn das nicht reicht, kann man hier die Rücksitzbank umklappen und hat dementsprechend noch ein größeres Ladevolumen. Parksensoren sehe ich auch noch mit. Die Felgen haben so ein bisschen ein paar kleine Macken, aber ich denke, das kaufst du irgendwo mit. Sieht aber trotzdem noch ganz vernünftig aus. Es ist jetzt nicht total vermarktet oder so. Von daher, alles in allem wirklich ein schönes Auto. Wenn ich das Interesse am Fahrzeug geweckt habe, dann würde es mich freuen, von euch zu hören. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Wenn ihr vorhabt, hier vorbeizukommen, macht ihr bitte einen Termin, dass wir euch die Kennzeichen reservieren können und auch jemanden an die Seite stellen, der euch zum Fahrzeug berät. Wir nehmen euer altes Auto in Zahlung. Ihr könnt hier optional eine Gebrauchtwagen-Garantie bekommen und sowas auch finanzieren. Hintenrum haben wir unsere hauseigene Werkstatt, die das Fahrzeug auf die Bühne nimmt, Probe fährt und auf jeden Knopf drückt, weil wir natürlich wollen, dass ihr von uns ein gutes Auto kriegt. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video. Tschaui!